von playmobil und zwar haben wir hier leute einen werwolf was ist los ein waschechter werwolf also das habe ich noch nie gesehen also ich habe tatsächlich noch nie werwolf gesehen wahrscheinlich gibt es die nicht aber ich meine jetzt als spielzeug guckt euch den mal an bitte wie cool ist er denn so ein cooles gesicht er hat schürfen überall kratzer da blutspuren das ist immer richtig cool also was für eine wahnsinns coole playmobil figur da freue ich mich drauf mit er zu spielen hier haben wir noch ein kleines hündchen dabei das ist vielleicht sein kleiner begleiter okay mal schauen ob wir einen schatz im schloss finden wie kommt man hier wo rein hier vorne ist verschlossen wie komme ich denn rein vielleicht ja durch den hintereingang ach gottchen du süßer kleiner hund magst du gestreichelt werden mein freund komm her jetzt hat er mich gebissen er schreit denn dort da braucht jemand hilfe ich fühle mich irgendwie gar nicht gut gerade oh mein Gott was ist das denn ähm hast du das gesehen er hat sich verwandelt ja das habe ich das wird eine harte nacht du solltest ihm erstmal fleisch besorgen damit er sich beruhigt alles klar ich schau mal ob ich ihn beruhigt kriege fleisch ich suche fleisch ich brauche fressen ich brauche fleisch hey hündchen was machst du denn hier hast du mich etwa gerade hündchen genannt ja habe ich jetzt komm erstmal runter hier habe ich was für dich das sollte dich erstmal beruhigen fang oh oh fleisch so und jetzt wo du gestärkt bist komm mit mir in die burg ah da kann ich den schatz besorgen da muss ich dich leider enttäuschen in der burg gibt es keinen schatz was aber warum soll ich da mitkommen du musst deine identität schützen mein freund aber nur wenn du mich nicht mehr hündchen nennst nochmal und ich beiße dir ans bein nein alles gut aber jetzt komm bevor uns jemand sieht alles geschafft sie kommen zurück dabei ist es seine erste nacht der vollmund scheint noch lange denn das kann ja was werden ja 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 und ist es ja garam das kann ja ja Untertitelung des ZDF, 2020